Hallo, mein Name ist Sebastian Heinl und in diesem Video möchte ich dir eine extrem merkwürdige, aber hocheffektive Technik vorstellen, mit der du Probleme lösen kannst, auch innere Konflikte, mit der du mehr Klarheit bekommst und eine neue Richtung findest. Und diese Technik kannst du immer dann anwenden, wenn du quasi in einer Sackgasse feststeckst. Wenn du ein Problem hast, dessen Lösung eigentlich so greifbar nahe ist, aber du kannst dich entweder nicht entscheiden oder du bist dir nicht sicher, was ist das Richtige oder du kommst entweder überhaupt gar nicht auf eine Lösung. Die Technik ist von Edward de Bono und nennt sich Lateral Thinking. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch übersetzt heißt. Wer das weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Und bei dieser Technik geht es quasi darum, seine kompletten Erfahrungen, seinen Erfahrungsschatz, den man im Laufe der Jahre gesammelt hat, zu verschiedensten Themen für die Lösung eines aktuellen Problems herzunehmen. Denn du kennst das bestimmt. Manchmal steckst du einfach fest, manchmal kommst du mit deinem Denken nicht weiter. Du landest in einer Sackgasse und kommst nicht mehr hinaus ohne eine neue Idee. Und bei diesem Lateral Thinking greift man quasi zufällig auf alte Erfahrungen zurück. Und das macht man, indem man zum Beispiel, also er hat das damals gemacht mit so einer Box, wo man den Kopf reingesteckt hat, wo dann ganz viele Wörter drin waren. Und man hat sich quasi einfach, man hat diese Box quasi gedreht, hat seinen Kopf reingesteckt und hat die ersten drei Wörter, die erschienen sind, rausgenommen. Und hat diese drei Wörter, also sagen wir einfach mal, da kam Kuh, Besen, Flugzeug. Dann hat er diese drei Wörter im Zusammenhang auf sein Problem betrachtet. Er hat quasi überlegt, okay, was hat Kuh mit meinem Problem? Also er hatte quasi immer sein Problem im Hinterkopf und Kuh. Und hat quasi einfach durch dieses Umdenken, durch diese komplett neue Perspektive, also diese Perspektive mit einem Thema, das gar nichts mit seinem Problem zu tun hatte, kam er einfach auf neue Ideen. Kamen vielleicht die neuen Nischen seines Kopfes und musste quasi kreativ denken. Und genau darum geht es bei dieser Idee, dass man einfach kreativ denkt, dass man seinen Erfahrungsschatz, den man schon gesammelt hat, und jeder von euch da draußen hat einen enormen Erfahrungsschatz bereits, der kann auch darauf zurückgreifen. Und du wirst dir staunt sein, wenn du das einmal anwendest, wie viele geile kreative Ideen da kommen. Also man muss auch sagen, das war damals ein Copywriter, also der quasi Werbungen und so ein Kram geschrieben hat. Aber ich mache das auch manchmal mit Coaching-Teilnehmern. Wenn die in einem Coaching nicht weiterkommen, dann sage ich einfach, okay, lass uns das mal, lass uns das Problem mal aus einer komplett neuen Perspektive betrachten. Und oftmals macht es einfach Klick. Natürlich hast du jetzt wahrscheinlich keine Box zu Hause. Du kannst einfach zum Beispiel ein Dictionary, ein Wörterbuch nehmen. Du kannst zum Beispiel einfach bei Google irgendeinen Buchstaben eingeben, dann kommen automatisch Wörter. Du kannst auch einfach mal irgendein Buch durchblättern und dir irgendwelche Begriffe raussuchen, die dir sofort ins Auge stechen. Du kannst dir auch Bilder, ein Bilderbuch nehmen und das mit den Bildern darin in Kombination bringen. Hauptsache ist, du versuchst das mal. Und anyway, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das mal ausprobierst und wenn du mir auch einen Daumen nach oben gibst. Wenn du denkst, ja, das ist zwar crazy, aber das kann funktionieren und ich garantiere dir, das funktioniert hervorragend. Also probiere es unbedingt mal aus, teile mal deine Erfahrungen damit da unten. Und wenn du jemanden brauchst, der dich vielleicht persönlich an die Hand nimmt, der mit dir ein Problem, bei dem du stecken geblieben bist, löst, dann kannst du dich auch mal bei mir melden für ein kostenloses Strategiegespräch hier oben oder hier unten. Diese kostenlosen Strategiegespräche mache ich deswegen, weil ich natürlich ein Coach bin, der auch seine Coachings an den Mann bringen möchte. Vorweg, ich mache diese Strategie-Sessions auch nicht mit jedem. Also du musst dich auch dafür qualifizieren und auch zeigen, dass du jemand bist, der grundsätzlich für ein Coaching in Frage kommt. Aber mehr dazu erfährst du auf jeden Fall hier oder unten eben in der Infobox. Ich freue mich, dass du hier warst. Wir sehen uns dann wieder in einem meiner nächsten Videos. Viel Spaß bei dieser verrückten, aber hocheffektiven Technik. Bis zum nächsten Video. Daumen nach oben nicht vergessen. Der Sebi. Ciao.